Wir kommen bei Frau Tonis Parfüm in Berlin. Ich bin Stefanie Hansen, die Inhaberin. Wir sind jetzt bei Frau Tonis Parfüm in der Nähe des Checkpoint Charlie und die Dame, die Sie hier hinter mir sehen, das ist meine Großmutter. Ihr ist das ganze Geschäft gewidmet. Das ist sozusagen eine olfaktorische Hommage an Sie. Das ist meine Großmutter Toni Luise, ungefähr 40, 44 Jahre alt. Heute ist sie wesentlich älter, 88, aber schaut immer mal nach dem Rechten und da werden wir auch gleich nachschauen, wie es hier bei uns funktioniert, warum unsere Düfte so beliebt sind und warum man bei uns individuelles Parfüm kaufen kann. Auf unserer Düfte hier stehen unsere rote Parfums und zwar auf dieser Seite hier blumige Dufte, zum Beispiel unsere Grasse Trois, ein sehr beliebt blumiger Duft mit Noten von Jasmin und Jelang Jelang und Pfirsichbluten. Oder auch einmal unsere Signature Scents quasi, das Falschen, und zwar Lieblingsduft von Marlene Dietrich. Und sie hat das tatsächlich von unserer Berliner Parfumist in der Nähe des 20er Jahren gekauft. Beim Berliner Dufte geht es nicht mehr Berlin quasi mit Linda Berlin, ein sehr strahlend und naturnaher Duft. Dann kann man sich vorstellen, durch unter der Linden zu schlendern, in der Früh-Sommerzeit. Alle unsere rote Parfums sind ja schon erst fertige Parfums sozusagen zu haben. Man kann aber hier auch eine individuelle Kreation kreieren lassen. Und um das zu machen, wird die Kundin quasi um den Tisch gehen und bei uns mit etwas Handeln richtig durchschnuppen und um ein paar Lieblingsdufte entschieden. Und dann geht es los mit dem Mission. Und wir als Duftexperten sind für die Kunden da, um diesen Prozess zu erleichtern und den Kunden auch diese Duftreise zu begleiten. Unsere Grundidee lautet wenig Auswahl. Das heißt, es gibt tatsächlich nur 36 Eau de Parfums, aber in einer sehr großen, hohen Qualität. Und diese wiederum, diese Parfums, so fertig wie sie sind, kann man in verschiedenen Größen bei uns bekommen. Unsere Idee war immer so viel Transparenz wie möglich, damit der Kunde nicht unendlich überlegen muss und vielleicht sagt, ich kann mich nicht entscheiden, ich reiße ab. Und das wäre für uns das Schlimmste. Deshalb ist das hier alles klein, aber fein. Auf unserer Website finden Sie auch einen Online-Shop und einen Duftberater. Das heißt, da kann man einfach auch mal schauen, in welche Richtung muss ich mich selber leiten lassen und bewegen, um den Lieblingsduft, den ich vielleicht gerne hätte, im Haus zu finden. Probieren Sie es einfach mal aus. Das heißt, da kann man einfach mal aus.